Ja moin moin und herzlich willkommen zurück zu Sagebrush. Wir haben einen Haupttrailerschlüssel aus dem Reich von Pater James, zu dem ich nicht zurückkehren möchte. Und müssen die Trailer hier durchsuchen, die ich jetzt absolut gar nicht mehr erkennen kann. Eine Güte, ich seh nichts. Ich seh wirklich nichts. Kann ich Ihnen eine Option, dass irgendwer etwas heller machen? Musiklautstärke, Auflösung, Helligkeit. Ich kann's tatsächlich etwas heller machen. Ich mach's mal nicht für mich, weil ich's gruselig finde oder so. Ich mach's echt für euch etwas heller, damit ihr was seht. Und weil ich's gruselig finde. So, Haupttrailerschlüssel. Wo ist der Bums? Wohnwagen Hauptschlüssel. Jawohl. Dieser Hauptschlüssel scheint an dieser Tür nicht zu funktionieren. Merkwürdig. Was hast du zu verteimlichen, Lilian? Wozu hab ich denn Hauptschlüssel, wenn der nicht funktioniert? Okay, wir müssen ganz rigoros alle Trailer abklappern. Was haben wir hier? Die Tür ist zugerostet. Ach ja, stimmt. Wenn die Tür zugerostet ist, dann kommt auch der Schlüssel da nicht wirklich gut rein. Dort können wir aber den Schlüssel benutzen. Ich seh nicht, wie mir das weiterhelfen soll. Willst du mich verarschen? Hä? Wohnwagen Hauptschlüssel. Benutzen. Ich seh nicht, wie mir das weiterhelfen soll. Das ist ein Wohnwagen Hauptschlüssel. Da haben wir hier noch andere Wohnwagen rumstehen? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Ich seh schon, wie mir das weiterhelfen würde. Aber gut. Dann gehen wir da halt nicht rein. Was soll's? So, das können wir aber versuchen. Na, Moment. Das ist auch zugerostet. Jetzt kommen wir hier echt nirgendwo rein. Das ist ja jetzt hier... Was soll das denn? Hallo? Ich würde gerne irgendwo reinkommen. Zugerostet. Hier ist echt nichts. Nirgendwo kommen wir hier rein. Was soll denn der, Bums? Zugerostet. Okay, die ganze Reihe hier scheint zugerostet zu sein. Der ist sowieso umgefallen. Da kommen wir absolut nicht rein. Da müssten wir entweder hier drunter oder da drauf kriechen. Aber unser Typie scheint nicht dazu in der Lage zu sein. Tür öffnen. Ist auch zugerostet. Ja, ich würde euch ungern enttäuschen. Aber das Spiel sagt absolut... Wozu hab ich denn den Schlüssel? Wo soll ich den sonst für benutzen, wenn ich hier nirgendwo reinkomme? Andrew. Vielleicht ja hier. Ich seh nicht, wie mir das weiterhelfen sollte. Was? Dieses Item. E. Benutzen. Wohnwagen Hauptschlüssel. Hab ich sonst noch irgendeinen, der so aussehen könnte? Generator. Farmschuppen. Ich seh nicht, wie mir das weiterhelfen sollte. Ich hoffe, dass es kein Bug oder so. Ich hoffe echt, dass es kein Bug. Ähm. Machen aber einfach mal ganz frohen Mutus weiter. Zugerostet. Haben die vielleicht alle ihre Türen irgendwie ausgetauscht? Beziehungsweise ihre Schlösser? Ist zugerostet. Ich scheine nicht alle irgendwie, dass... Ja, hier waren wir schon. Ne, wir haben jetzt alle durchprobiert. Außer die da ganz hinten. Ich scheine es echt ausgetauscht zu haben oder so. Mann, es wird richtig dunkel hier. Und da hinten sehen wir noch unseren Scheinwerfer vom Auto. Das wir vielleicht irgendwann mal ausschalten sollten. Du hast die Tür mit dem Hauptschl... Ich glaub es nicht. Leonard, du geile Sau. Haben wir eine Taschenlampe? Ein Tape-Deck haben wir aber hier. Das könnten wir uns direkt angucken, nachdem wir die Notizen gelesen haben. Ich fühle mich in so... Ich fühle mich in so einem kleinen Trailer irgendwie sicherer. Okay. Henrys Notiz lesen. Leo, das muss er sein. Ich bin mir sicher, er hat noch nicht gesprochen, aber ich habe keinen Zweifel. Schnüffle ein wenig bei seinem Wohnwagen herum und schaue, ob du ein Druckmittel finden kannst. Wir haben das Schloss ruiniert, als wir ihn gestern geschnappt haben. Also wirst du deinen Bolzenschneider benötigen, um reinzukommen. Wen habt ihr geschnappt? Lichtschalter. Wir haben Licht. Leonard zum Notiz lesen. Du sollst nicht töten, aber es einfach... Aber so einfach ist es nicht, oder? Wir sind die Armee Gottes. Wir müssen unsere Herde schützen. Das ist ein Krieg. Seelen stehen auf dem Spiel. Wir müssen entschlossen und unerschütterlich sein. Warum also hören meine Hände nicht auf zu zittern? Warum sehe ich immer wieder sein Gesicht, wenn ich meine Augen schließe? Ich hätte nicht gedacht, dass das Kämpfen für den Herrn bedeuten würde, einen unbewaffneten Mann mit einer Schaufel zu Tode zu prügeln. Das heißt es ja auch nicht. Welche... Okay, Tape Deck. Immer wieder creepy, ich bleibe Licht. Ich habe immer verändert, Father James, though only a few of us seemed to notice. He had new revelations almost daily. Doctrines changed. Actions that would have been terrible sins previously were suddenly permissible, while seemingly innocent behaviors became mortal sins. The others seemed to have no problem going along with it. I wondered if something was wrong with me. Father grew visibly agitated and as adamant as he was about the sanctity of his new revelations, something was different. He was scared. And that scared me. Da merkst du natürlich, dass du ganz tief in der Scheiße steckst, wenn andere Leute sich sehr merkwürdig verhalten und du als Rückschluss daraus ziehst, ob etwas mit dir selber nicht stimmt. Ach du Kacke. Ja gut. Boah, Bolzenschneider. Dankeschön. Das hätte ich fast übersehen. Oh, ich will gar nicht wissen, was ich noch so übersehen habe hier. Oh je. Wir haben jetzt einen Bolzenschneider. Ich weiß zwar nicht genau, wofür wir den brauchen. Was steht da? Ein Bolzenschneider. Rostig, aber scheinbar brauchbar. Okay, kommen wir jetzt damit in die rostigen Türen rein. Das würde mich mal interessieren. Tür öffnen. Die Tür ist zugerostet. Nein, wir dürfen keinen Bolzenschneider dort benutzen. Schade drum. Aber wir haben da hinten eine... Ah... Da war gerade ein... 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 Au... Nicht, dass ich jetzt Angst vor dem Wolf oder so hätte, aber... Da war gerade ein... Au... So, hier vorne passt ja das Ding nicht, ne? Das können wir jetzt safe mit dem Bolzenschneider aufmachen, oder? Das war doch das hier, wo... Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier... Genau, das funktioniert nicht. Merkwürdig. Lillianz. Bolzenschneider. Hat es... Mich springt doch jetzt jede Sekunde etwas an. Oh... Oh... Mann, ey. Okay, äh... Ich weiß nicht genau, wohin wir jetzt... Wie... Äh... Ähm... Bolzenschneider. Ich dachte, ich muss hier vielleicht irgendwas mit aufmachen, aber anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Prostigen Bolzenschneider. Prostigen Bolzenschneider, Hauptschlüssel... Wie die Mine. Ja, da hinten sieht aus wie Mine. Das heißt, das hier könnte die Feuerstelle sein. Oder ist das noch die... Es ist noch die Farm. Das heißt, hier in der Mitte ist die Feuerstelle? Ja, stimmt. Das ist doch gar kein Gebäude. Das ist einfach nur... Anscheinend ein Lagerfeuerort, wo sich die Leute getroffen haben oder so. Jo. Hier haben sie bestimmt ganz lustige Lagerfeuerlieder gesungen. Können die wilden Tiere bitte aufhören? Okay. Jetzt wird der immer lauter und immer öfter. Hier ist aber tatsächlich gar nichts vom Ham... Warum ist das hier? Huch. Seht her! Es standen! Aus der Asche! Der Phönix! Äh... Ist das der für eine... Das ist merkwürdig. Vielleicht mache ich die Helligkeit nochmal müh runter. Weil das scheint nicht ganz so gut auszusehen, wenn das allzu... So ein müh tiefer. So ein müh. Es sieht immer noch merkwürdig aus. Never mind. Gut, dann soll es so aussehen. Dann machen wir die Helligkeit weiter etwas höher. Damit ihr tatsächlich auch etwas seht. Weil gruselig genug ist es tatsächlich. Ja, ich weiß nicht wohin mit dem Bolzenschneider. Ich habe auch nichts, was ich im... Fahramt jetzt noch groß benutzen könnte. Ich könnte jetzt zur Kapelle gehen. Wir gehen einfach mal zur Kapelle. Da vorne sehe ich es doch schon hervorragend. Wir rennen einfach mal über die Hügel hier. Na, guck mal. Hier ist sogar ein Weg. Ich frage mich, ob wir diesen Tieren hier auch begegnen können. Ich will es aber eigentlich auch gar nicht rausfinden. Ich will auch gar nicht rausfinden, ob wir irgendwem hier begegnen können. Ach du Kacke. Okay. Die Geräusche scheinen immer von vor mir zu kommen. Ich habe etwas Schiss in der Buchse. Hallöchen. Kapelle. Türschloss der Kapelle untersuchen. Auf dem Schloss befindet sich eine sieben goldene... Ach so. Befinden sich sieben goldene Sterne und eine Aussparung für etwas, das aussieht wie eine Acht. Bolzenschneider? Ne. Ich sehe auch nicht, wie das weiterhelfen sollte, aber wir versuchen was wert. Gut, da kommen wir anscheinend absolut noch gar nicht rein. Na gut, dann machen wir uns weiter auf zur Farm. Wollen wir uns zur Farm einfach mal rüber laufen? Farm bei Nacht ist jetzt auch nicht so das, wo ich mich sehe. Aber gut, ich sehe mich eigentlich nirgendwo. Oder wir können auch eben zur Mine. Das ist ja relativ nah dran tatsächlich. Das ist ja hier direkt neben. Komm, dann gehen wir zur Mine. Das ist bestimmt gar nicht gruselig. Ich frage mich, wozu die eine Mine brauchten. Wollen die hier echt Erze, Rohstoffe? Wahrscheinlich für Kohle, oder? Ich meine, Kohle könnte denen hier echt weiterhelfen. Was ist das da links für ein Haus? Da ist noch ein Haus, aber es ist nicht aufgezeichnet. Oder das beides ist hier die Mine. Ich gehe mal nicht über diesen Berg. Was ist denn da vor? Ist das nur ein Busch, oder was ist das da? Oder nur seltsame Texturen? Ach du Scheiße. Das sieht aus wie Blutflecken. Ja. Blut ist unter der Tür hindurchgesickert und in den Schmutz eingedrungen. Fliegen schwirren noch immer in der Gegend herum. Nope. Ich will erst da vorne hin. Ich will noch nicht in diesen... Nope, 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 nope. Was haben wir hier? Ach, das ist so ein... Ach, das hier ist wahrscheinlich dann die Mine. Und was ist das da? Ist das dann schon der Säuberungsraum? Oh nein. Oh nein, das ist wahrscheinlich schon der Säuberungsraum. Ah, Säuberungsraum. Oh, du Scheiße. Und das hier ist die Mine. Okay, auf zur Mine. Die Tür klappert und knarrt. Scheint aber verschlossen zu sein. Bolzenschneider. Ach man, niemandem darf man hier helfen. Niemandem darf man hier helfen. Okay. Dann, dann gucken wir halt hier rein. Du versuchst vergeblich die Tür zu öffnen. Dabei entsteht ein metallischer Geruch. Rost, oder? Ja, ich glaube eher Blut. Ich glaube eher Blut. Bolzenschneider. Oh mein Gott. Ich erinnere mich gerade. Wir haben... War doch ein Wohnwagen, der so mega... Der so mega zugedinkst war, ne? Ah, ich dully, ich dully, ich dully. Ein Wohnwagen war doch... War doch hier so mit so Ketten verhangen. Da müssen wir hin. Scheiß erstmal auf die Farm und alles andere. Wir gehen jetzt erstmal... Quer über diese unglaublich beruhigende Fl... Dritte Base untersuchen? Drop the Base. Die dritte Base ist unter der Überwuchung kaum sichtbar. Was zur Hölle ist die dritte Base? Ach, das ist ein Baseball-Spiel. Hügel des Pitchers untersuchen. Der Hügel des Pitchers ist etwas erhöht auf dem Haufen Dreck. Ach, Baseball. Okay, ich dachte gerade, hä, was ist das erste Base? Ja. Gut, das, äh... Dann ist ja hier absolut gar nichts mehr. Ist er auf der Karte markiert oder so? Ne, ne? Ne. Zweite Base. Ich gucke trotzdem mal ganz kurz hier, ob hier irgendwas vielleicht drauf liegt oder so. Vielleicht haben wir hier irgendwas. Haus-Schild. Ein abgenutztes Haus-Schild bedeckt mit Schmutz und Gras. Gut, leider ist ja sonst nichts mehr. Okay, okay, okay. Gut, ich muss mal ganz fix wieder zurück zu den Wohnwägen. Ähm. Wo, wo ein Wagen nagen nagen. Denn dort war ja... Ich bin so doof. Denn dort war ja ein... Ein Wohnwagen mit so mega vielen Ketten und sowas behängt. Behangen. Oh, da müssen wir hin. Da müssen wir den Bolzen. Ich bin aber auch... Ich hab's schon wieder vergessen. Es tut mir leid. So, wo war der denn, der hier so mega behangen war mit Schlössern und so? Jetzt, wo es so dunkel ist, sieht man das natürlich auch so mega gut. Wo war der denn nochmal? War der hier vorne irgendwo? Da ist er ja. Ha! So, zack dich. So, du klappst die Ketten, welche... Du kappst, ich klappe. Du kappst die Ketten, welche schlaff zur Seite fallen. Die Tür steht einspaltweit offen. Petros, Petros, was auch immer. Erstmal Tür wieder schließen, falls wilde Tiere kommen. Äh, Ausdruck lesen. Gibt's hier Licht? Lichtschalter benutzen. Ach, herrje. Das hier sieht blutig aus irgendwie. Ich weiß nicht ganz genau. Schaufel mitnehmen. Ach ja, herzlichen Glückwunsch. Eine Schaufel. Wozu brauche ich eine Schaufel? Ausdruck lesen. Übertragungscode. Irgendwas. Verschlüsselungscode. Irgendwas. Komprimiert benötigt keine Front-Talangriff. Mehr, äh, mehr durchführen. Was? Komprimiert benötigen. Keine Frontalangriffe mehr durchführen. Bewaffnete Militärklasse-HW-Training. Die meisten sind 100% in Verwendung. Werden Gewalt anwenden. Ach, der war wahrscheinlich ein Spitzel. Und da sollte das wahrscheinlich zur Armee. Oder zu irgendeiner Polizei. Oder sonstigen Special Force durchgeben hier. Der war also die Ratte hier. Notiz von Lilian lesen. Ich habe mein Schloss gewechselt, wie du es vorgeschlagen hast. Ich habe eine Kopie des neuen Schlüssels unter den Baum in der Nähe der Feuerstelle gelegt. Wissen wir immerhin, wie wir da hinten in den Wohnwagen reinkommen. Petros Notizen lesen. Es ist zu dunkel, um etwas zu lesen. Hä? Mehr Licht kann ich aber nicht machen. Ich kann... Willst du... Dann nimm es doch ins Licht. Nimm... Heb das Buch auf mit deinen nicht existierenden Händen und heb es ins Licht. Ich würde gerne wissen, was da steht. Ja, ich... Ich will es wissen. Licht es an. Lies. Mehr Licht kann ich hier aber nicht machen. Okay, pass auf. Umgekehrte Psychologie. Warnversuch wert. Okay, gut, dann... Gehen wir mal wieder raus. Äh, wir wissen jetzt, wie wir... Oh, ich dachte gerade, da hockt jemand, aber ist nur irgendwie ein... Nur ein Ästchen. Äh, wir wissen jetzt, wie wir in den Wohnwagen unten kommen. Und zwar mit einem Schlüssel, der in der Nähe der Feuerstelle liegt. Die Feuerstelle... Ich kenne mich hier langsam echt gut aus. Ich könnte der Sekte schon fast beitreten. So, die Feuerstelle ist nämlich dort vorne, in der Nähe eines Baumes an der Feuerstelle. Hier. Nope. Aber da hinten ist ja auch der Baum, der an der Feuerstelle ist. Also wahrscheinlich liegt dann dort irgendwo der Schlüssel. Okay, okay, okay. Schlüssel, Schlüssel. Liegt der hier dran? Liegt der hier drum? Ich meine, er hat ja nur gesagt in der Nähe. Also, er könnte überall liegen. Hier sind noch ein paar Bänke. Äh, nicht Bänke, sondern ein paar Wegbretter oder sowas. Aber ich sehe tatsächlich keinen Schlüssel. Schmutzfleck! Schaufel! Du wühlst in dem Haufen, untersuchst den Schmutz und findest darin einen kleinen Messingschlüssel. Helljärm! Was hab ich da grad gelesen? Eine Schaufel voller Blut. Ja, da wurde ja unser lieber Kollege mit ermordet. Der hier ein Spitzel war und eigentlich alle Leute erlösen wollte. Aber die wollten nicht erlöst werden. Beziehungsweise sie wollten eine andere Art der Erlösung. Die sie ja auch bekommen haben, dank des Massenselbstmordes, der hier stattgefunden hat. Oh je, oh je, oh je. Okay. Jetzt kommen wir aber hier endlich rein. Und zwar in Lilians Wohnwagen. Oh baby, ein Messingschlüssel mit einem schmutzigen Etikett, auf dem Lillian steht. Du hast die Tür mit dem Messingschlüssel aufgeschlossen. So sieht's aus. Und renn in die gute Stube und zu mit dem Bums und Licht bitte an. Ach, oh guck mal, nett. Sogar mit der Lichterkette. Wie schön. Okay. Nachricht von James lesen. Lillian, ein Mitglied der Herde, welches nicht genannt werden möchte, ist auf ein Buch gestoßen, das du bei einem Ausflug in die Stadt gekauft hast. Obwohl das Lesen von nichtkirchlichem Material nicht gänzlich verboten ist, so muss ich dich davor warnen, zu viel, wenn überhaupt, weltliches Material zu konsumieren. Die gottlose Weltanschauung ist vergiftet mit ihren Versprechungen von Vergnügen ohne Folgen und Freiheit von Regeln. Aber hier lernst du wahre Freiheit. Freiheit von Sünden, Freiheit von Verdammnis und die wahre Freude an der Liebe Gottes. Betrachte dies als eine freundliche Warnung. Ich möchte das Beste für dich, Schwester. Wenn herauskommt, dass deine Lektüre deinen Glauben gefährdet, müssen wir womöglich die Regeln ändern, um dich und den Rest der Herde zu schützen. Pater. Da ist auch alles mitgesagt, würde ich sagen. Nachricht von Viola lesen. Lilian, vergib mir, wenn ich zu offen spreche. Aber ich sorge mich sehr um dich und fürchte, dass du Zweifel an den Lehren des Paters hast. Du bist jung, Lily. Ich verstehe, was du meinst. Was du meinst, glaub mir. Aber als jemand mit viel mehr Lebenserfahrung, lass mich dir sagen, dass du an nichts zweifeln musst. Pater James ist ein Prophet des Herrn. Er spricht das wahre Wort. Wenn du Beweise brauchst, schaue dir einfach seine Prophezeiungen an, welche wahr geworden sind. Mehr als das, wenn du betest und genau hinhörst, wirst du in deiner Seele die Wahrheit seiner Lehre spüren. Ich bin für dich da, wenn du reden möchtest, mit Christus, liebe Viola. Ich frage mich ja, was wahr geworden ist. Hat der irgendwie heimlichen Wetterbericht gehört und dann gesagt, oh, morgen wird es regnen und dann alle, oh, gesegnet sei das Wort des Herrn. Was hat der prophezeit? Oder hat er die Wahrheit einfach nur so gedreht, dass seine Prophezeiung echt wahr wäre? Ich weiß es nicht. Lillians Tagebuch lesen. Wie kann sich die absolute Wahrheit so schnell verändern? Zuerst die Lehre der Reinigung, welche unveränderlich und unvermeidlich war. Schmerz als Währung etc. etc. Dann die Lehre der alternativen Reinigung, welche die Regeln gegenüber außerehelichen Sex mit Polygamie zu ändern schien. Aber nur im Dienste eines reinen Körpers. Ja, das... Schön, dass du das so gut hinterfragst, Kollege. Das ist auch wichtig, solche Dinge zu hinterfragen. Vor allem, wenn es so eine Umkehrung ist. Jetzt hat Pater James eine weitere Offenbarung erhalten, die er privat nur einigen von unseren Frauen gegenüber ausgesprochen hat. Es wurde nicht niedergeschrieben. Es wurde nicht in das Buch Sariel aufgenommen. Und es widerspricht direkt der... Und es widerspricht direkt der Pater sagt... Okay, das widerspricht direkt irgendetwas. Pater sagt, dass der Herr einen Betrüger in unsere Mitte gebracht hat, um die Kraft unseres Glaubens zu testen. Wir müssen bereit sein, unsere Hingabe gegenüber der Herde zu beweisen. Und wie Abraham mit seinem Sohn Isaac, müssen wir bereit sein, unsere Vorstellung von Moral zu opfern, um der größeren Sache zu dienen. Ist das Gottes Plan für uns, unsere Körper als Werkzeuge zu benutzen? Warum fühlt sich das nicht richtig an? Weil es nicht richtig ist! Tape Deck benutzen! Let's go! He risked his life coming to me. Somehow he could tell that I was wavering. I'm still not sure how. He was from the FBI, he said. And he was here to investigate the group as a cult. When he said that word, I told him to go to hell. I almost went right to Father James. But I didn't. He left me a pamphlet that talked about the signs of a dangerous cult. At first I refused to read it. What was the point? How could that have anything to do with our group? But I read it. And even though my entire brain was screaming at me, I went back to him. Werden doch nur Leute gequält, unehrlicher Sex befürwortet und alle folgen einem Propheten. Ach Mensch. Ach Mensch, ach Mensch, ach Mensch. So, jetzt ist aber tatsächlich, jetzt bin ich tatsächlich etwas aufgeschmissen. Was haben wir Neues bekommen? Wir haben jetzt eine Schaufel, die wir schon benutzt haben. Die wir aber nochmal benutzen sollen anscheinend, weil den Kabelschneider, Dingensbummens, Kneifzangen, wie auch immer das Ding hieß, haben wir jetzt nicht mehr. Damit haben wir einmal die Ketten aufgeschnitten und jetzt war's das. Die Schaufel müssen wir anscheinend nochmal irgendwie benutzen. Genauso wie dieses VHS-Band. Ich will gar nicht wissen, was da drauf ist, um ehrlich zu sein. Ich weiß aber nicht, wo wir jetzt noch reinkommen. Wir waren doch nicht in einer Farm, ne? Also wir kamen in die Mien nicht rein, wir kamen in die Kapelle nicht rein. Beim Pfarramt müssen wir noch in einen Raum rein, in den Säuberungsraum kamen wir nicht rein. Die Farm haben wir noch nicht untersucht, ne? Wollen wir mal zur Farm gehen? Wie viel Zeit haben wir denn noch am Tacho? Ja, das reicht vielleicht noch, um zur Farm immerhin zu gehen und vielleicht noch ein, zwei Gedanken irgendwie hier zu auszutauschen. Was leuchtet da hinten so? Also, ich bin ja... Folgt das hier echten Ereignissen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier eine echte Sekte war, diese Perfect Heaven-Sekte, so wie diese Sekte sich schimpft. Ob das eine echte Sekte war oder noch ist. Oder ob das einfach nur eine erfundene Sekte ist, die aber auf wahren Ereignissen irgendwie basiert. Das klingt schon echt relativ, relativ krass hier, muss ich gestehen. Ach du Scheiße! Das ist so gruselig! Kann ich auch einfach reingehen? Ich kann auch einfach durchs Feld gehen, ich könnte es auch einfach lassen, oder? Was haltet ihr denn davon? Ach, ich... Das ist so creepy eigentlich, ach man, ey. Was ist das? Ah, ist nur ein Busch. Okay, wir sind bei der Farm. Was haben wir hier vorne? Nichts, was wir untersuchen können. Ach, das ist ein ganz, ganz merkwürdiges Feeling, dieses Spiel. Ganz, ganz merkwürdig. Oh je, ich würde aber sagen... Diese Farm... Ein Traktor! Habe ich nicht neulich mal erwähnt, dass ich... Dass ich dachte, ich habe einen Traktor gehört? Ach ja, das war aber nur der Generator. Oh, hier steht ja auch ein Traktor. Ja, Mensch, ist ja beruhigend. Tür öffnen. Okay, die Tür zum Schuppen ist verschlossen. Oh, wir können ja damit... Oh. Ja, ich bin aber auch blöd. Farm Schuppen. Guck mal, hier können wir auch rein. Wir können aber auch mit diesem Schlüssel... Tatsächlich in... In den Reinigungsraum. In den Säuberungsraum. Pardon. Ups, Gemeindehaus. Diese Karnstellung ist merkwürdig. In den Säuberungsraum rein. Stimmt. Oh je, da will ich aber nicht rein. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir die Farm erforschen. Und eventuell auch den Säuberungsraum. Ich... Ich freue mich hart. Bis zum nächsten Mal. Tschüdelü. Tschüdelü.